Hallo, ich bin Dirk Schatz, Landtagsabgeordneter und gleichzeitig der innenpolitische Sprecher der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir befinden uns hier heute im Wahlkreisbüro, in meinem Wahlkreisbüro, auch der Piratenhagen, von wo aus wir heute unsere kleine Tour durch Hagen starten, wo ich euch mal ein bisschen erzählen möchte, was wir hier tun, was die Piraten tun, was ich im Landtag tue, was meine Aufgaben sind. Dieses Wahlkreisbüro dient natürlich als Anlaufstelle für alle Bürger, für alle Interessierten. Hier können sie sich aktiv über ihre Bürgerrechte informieren, sie können sich darüber informieren, was ich tue, sie können mir ihre Probleme schildern, um die ich mich dann unter Umständen kümmern kann. Hinter mir befindet sich die Polizeiwache Innenstadt in Hagen. Das ist meine alte Dienststelle, da ich vor meiner Zeit als Abgeordneter ebenfalls als Polizeibeamter tätig war. Die Polizei stellt im Innenausschuss natürlich den weitaus größten Posten dar. Also die meisten Anträge, ich schätze mal so 70 Prozent aller Dinge, mit denen sich der Innenausschuss befasst, betreffen das Thema Polizei in irgendeiner Weise. Die Polizei ist für die Piraten ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Einerseits wollen wir natürlich eine starke Polizei, andererseits darf diese auch nicht zu stark in die Bürgerrechte eingreifen. Deshalb lautete ein zentrales Motto unseres Wahlkampfes auch Polizisten statt Kameras. Wir befinden uns jetzt hier vor der Feuerwache, der Hauptfeuerwache in Hagen. Neben der Polizei ist natürlich auch die Feuerwehr eines der ganz großen Themen im Innenausschuss. Genau wie in jedem anderen Bereich des öffentlichen Dienstes hat natürlich auch die Feuerwehr mit großem Personalmangel zu kämpfen. Aber gerade in diesem Bereich ist der Personalmangel natürlich sicherheitsevident. Erschwerend kommt hier natürlich noch hinzu, dass gerade die Feuerwehr noch mit einem Motivationsmangel zu kämpfen hat, was durch die marode Finanzlage fast aller Kommunen zu begründen ist, da die Feuerwehrleute über die Kommunen finanziert werden. Das führt häufig zu Beförderungsstops, was sich verständlicherweise auf die Motivation der Feuerwehrleute niederschlägt. Wir befinden uns nun vor dem wunderschönen Gebäude des Amts- und Landgerichtes hier in Hagen. Auf der Rückseite befindet sich gleichzeitig auch die Justizvollzugsanstalt. Neben dem Bereich der Innenpolitik beschäftige ich mich auch im Bereich der Justizpolitik und der Rechtspolitik, da ich auch Mitglied des Rechtsausschusses bin. Konkret haben wir uns zum Beispiel bei dem neuen Jugendarrestvollzugsgesetz dafür eingesetzt, dass auch die Schule schon berufliche Weiterbildung der Jugendlichen, die sich im Arrest befinden, nicht zu kurz kommt. Damit haben wir eine bessere Integration der Jugendlichen nach der Entlassung aus dem Arrest erreichen können. Aber auch generell ist die Rechts- und Justizpolitik für die Piraten natürlich ein sehr großes Themenfeld. Hier zum Beispiel wollen wir uns im Landtag für eine tatsächlich unabhängige Justiz einsetzen. Dies fängt schon bei der Auswahl der Richter an. Wer wird als Richter eingestellt? Welche Beurteilung bekommt er? Und schließlich natürlich auch die finanziellen Aspekte. All dies liegt in der Hand der Landesregierung und ist somit nicht wirklich unabhängig. Auch viele Gewerkschaften im Bereich der Justiz fordern eine Unabhängigkeit der Justiz, insbesondere im fiskalischen Bereich. Dies wollen wir erreichen. Als kleinste Oppositionsfraktion im Landtag haben wir es natürlich nicht immer leicht, unsere Position und unsere Dinge, die wir gerne hätten, durchzusetzen. Aber ich denke, mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, beispielsweise kleine und große Anfragen oder auch politische Anträge, haben wir bereits sehr viel erreicht. Mehr als sich mancher vielleicht hätte zu träumen wagen. Und ich bin mir sicher, wir werden in Zukunft noch weitaus mehr erreichen, als wir bis jetzt geschafft haben. Falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, Anregungen vielleicht auch, wie ich meinen Job besser machen könnte, bin ich immer gern bereit, diese Information aufzunehmen. Ruf mich einfach an, schreibt mir eine Mail oder noch besser, besucht uns in unserer Geschäftsstelle, hier am Märkischen Ring 96 in Hagen. Aber natürlich auch gern auf unserer Webseite im Internet, www.20piraten.de. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald.